Auch starke Frauen dürfen sich helfen lassen. Unabhängig zu sein bedeutet nicht, die ganze Zeit alles allein zu erledigen. Wenn eine Frau um Hilfe bittet oder ehrlich über ihre Fehler spricht, macht sie das nicht weniger stark. Es zeigt nur, dass sie sich Mühe gibt, so gut wie möglich zu sein, für sich selbst und für andere. Unabhängig zu sein bedeutet, uns bewusst zu sein, dass wir selbst etwas tun können, aber auch die Hilfe anderer schätzen zu wissen, wenn sie benötigt wird. Insbesondere die Hilfe, die von diesem einen besonderen Menschen kommt. Sie muss wissen, dass du mit ihr mithalten kannst. Sie muss wissen, dass du ihr ebenbürtig bist. Du musst ihr nicht absolut identisch sein, aber du musst ihr genug Mühe geben, um etwas Wertvolles in eure Beziehung zu stecken. Hör niemals auf, mit ihr zu lernen und zu wachsen. Sorg dafür, dass sie weiß, dass sie sich auf dich verlassen kann, in guten und in schlechten Zeiten. Zeige Interesse an dem, was sie tut und versuche, sie so gut wie möglich zu unterstützen. Sie möchte sich immer noch wie eine Frau fühlen. Sie möchte sich feminin fühlen, wenn sie mit ihr zusammen ist. Sie möchte festgehalten werden und sich geborgen fühlen. Achte auf die Zeichen, die dir signalisieren, dass sie diese Art von Aufmerksamkeit braucht. Zeige ihr, dass du beide Seiten von ihr verstehst, ihre taffe und ihre sensible Seite. Genau das macht sie zu einer so großartigen Frau, die dich auch verstehen kann. Sie möchte, dass du ihr zeigst, dass du stolz auf sie bist. Sie sieht vielleicht so aus, als hätte sie ein starkes Selbstwertgefühl und als bräuchte sie von niemandem hören, wie toll sie ist. Aber die Wahrheit ist, dass jeder von uns ein paar Worte der Unterstützung und Dankbarkeit hören muss. Es ist eine Kleinigkeit, die nichts kostet und viel bedeutet. Es ist etwas, was die Menschen für immer in Erinnerung behalten und was sie selbstbewusster werden lässt. Sie liebt es zu wissen, dass sie sich auf dich verlassen kann. Jede Frau liebt Akte des Dienens. Dadurch fühlt sie sich einzigartig, geschmeichert und geschätzt. So weiß sie, dass sie dir wichtig ist, so gibst du ihr das Gefühl, nicht allein zu sein. Achte darauf, welche Aufgaben sie nicht so gerne mag und erledige sie für sie. Sie wird dir ewig dankbar sein. Sie ist selten krank, aber wenn sie krank ist, möchte sie, dass du dich um sie kümmerst. Jeder verdient es zu wissen, dass man sich um ihn kümmern wird, wenn es ihm nicht gut geht. Leider werden starke Frauen in solchen Situationen irgendwie übersehen. Gib dir Mühe, sei für sie da und tu alles, was du kannst. Sie macht gerade eine schwere Zeit durch und braucht dich. Hör ihr aufmerksam zu. Manchmal wollen starke Frauen nicht bedürftig klingen, so dass sie ihre Gefühle nicht frei und vollständig ausdrücken. Versuche zwischen den Zeilen zu lesen. Das ist nicht so schwer, du musst nur auf die Details achten. Biete ihr deine Hilfe an, auch wenn du denkst, dass sie sie nicht braucht. Frag sie, wie ihr Tag war und wie sie sich fühlt. Achte darauf, ob sie aufgeregt oder traurig wegen irgendetwas ist und versuche dann herauszufinden, worum es geht. Überrasche sie mit den Dingen, über die sie gesprochen hat. Zeig ihr, dass du ihr immer zuhörst und dass dir ihre Interessen am Herzen liegen. Verwundbarkeit ist noch lange keine Schwäche. In Wirklichkeit erfordert sie viel Mut und Kraft. Wenn sie sich von ihrer sensiblen Seite zeigt, versuche ihr, um jeden Preis Verständnis entgegenzubringen. Es gibt nichts Besseres, als sich nach viel zu vielen Gedanken beruhigt zu fühlen. Wenn jede Seite eines Menschen akzeptiert wird, wird das Leben angenehmer. Wir können uns als Menschen weiterentwickeln, wenn wir keine Angst davor haben, nicht gut genug zu sein und nicht denken, dass etwas mit uns nicht stimmt. Verwundbarkeit ist entlastend und bietet eine gute Möglichkeit, Vertrauen und Verständnis zwischen Partnern oder Familienmitgliedern aufzubauen. Mach sie dir also zur Routine. Anführer zu sein kann anstrengend sein. Zu den schwierigsten Aufgaben im Leben gehört es, viel zu viel Verantwortung zu tragen. Das bedeutet, dass sie keine Zeit für sich selbst hat, weil andere auf sie angewiesen sind. Sie ist permanent in Bewegung und muss dafür sorgen, dass alle das tun, was sie tun sollen. Wenn sie eine starke Frau ist, wird die Verantwortung sie überall verfolgen. Jeder zählt auf sie, wie könnte sie jemanden im Stich lassen, aber was ist mit ihr? Sag ihr, dass sie auch ihre eigenen Bedürfnisse äußern muss, und zwar sehr deutlich. Das alles soll dir zeigen, wie wenig Aufwand es bedarf, um deiner unabhängigen Frau das Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln, das sie braucht, um so stark zu sein, wie sie es ist. So ist sie nämlich stark geworden. Durch diese Dinge erinnerst du sie immer wieder daran, dass du ein Teil ihrer Stärke bist.